Mittwoch, der 31. Oktober 2018. Es ist 18.25 Uhr. Wir starten in eine neue Runde Lotto-Glück mit Mirjam Hanna. Jackpot oder Saures? Hallo und willkommen zu unserer heutigen 5-Millionen-Show live hier aus dem Saarbrücker Lotto-Studio. Und natürlich gruseln wir uns hier und heute gemeinsam am Halloween-Abend. Schauen Sie mal. Schön, ne? Gestern Abend handgeschnitzt. Da bleibt nur die Frage, was gibt es heute? Süßes oder saures für uns? Lassen Sie uns gemeinsam schauen. Kugeln und Ziehungsgeräte sind natürlich überprüft und jetzt einsatzbereit. Ich drücke Ihnen die Daumen und sage, Ziehung frei! Halloween benennt ja die Volksbräuche am Abend und in der Nacht vor alle Heiligen. Die irischen Einwanderer brachten den Brauch in die USA und seit den 1990er Jahren ist Halloween auch in Europa ganz groß und wird ja auch immer größer. Und wir starten mit unserer ersten Kugel für heute. Es ist die 4. Chris hat das Lotto-Glück im Saarland behalten. Ein Tipper aus Saarbrücken hat am Mittwoch einen Großgewinn einstreichen können. Bundesweit war er der einzige Tipper mit den richtigen 6 Zahlen. Glück gehabt. Kugel Nummer 2 ist da. Passt schön, ist die 40. Ja, richtig gehört. Da soll mal einer sagen, man braucht immer die Superzahl zum großen Glück. Der Tipper aus dem Saarland ist jetzt um genau 1,6 Millionen Euro reicher. Mit eben nur 6 richtigen. Das ist doch mal passend für heute. Die dritte Kugel ist die 13. Also einen Sechser-Plus-Superzahl hatte niemand. Und deshalb, Sie haben es eben auf unserem Studiomonitor gesehen, sind heute gruselige 5 Millionen in unserem Halloween-Jackpot-Kugel. Nummer 4 ist auch parat. Es ist die 22. So, liebe Zuschauer, was ging beim Spiel? 77? Viel. 877.777 Euro gehen raus zu Lotto Niedersachsen. Herzlichen Glückwunsch zu euch. Kugel Nummer 5 ist heute die 16. Und bevor wir unsere letzte und sechste unheimliche Kugel für heute ziehen, gratulieren wir noch schnell Lotto Baden-Württemberg, Lotto Bayern und Westlotto zu je 100.000 Euro bei der Super 6. Sehr schön. Die letzte und sechste Kugel ist heute die 6. So, hier ein guter Blick auf die 6 Halloween-Kugeln. Das war die Pflicht und weiter geht's auch schon mit der Kür jeder Ziehung. Unsere Superzahl steht an, ich sag nochmal, Ziehung frei. Der Jakepot ist ein bisschen angewachsen und winkt hier zu meiner Linken uns mit 5 Millionen zu, wenn sie die richtige Superzahl erwischt haben. In der Ausspielsumme sind heute übrigens 15,3 Millionen Euro. Und da ist er auch schon. Unsere Superzahl ist heute die 5. So, und hier kommen alle Geistergewinnzahlen in der Übersicht. Hier sind die Lottozahlen 6 aus 49, 4, 6, 13, 16, 22, 40 und die Superzahl ist die 5. Dazu gibt's die Zusatzlotterien, die wir ja bereits immer im Vorfeld ermitteln. Und hier ist auch schon die Zahlenreihe aus der Spiel-77. Die 2, 0, 4, 1, 3, 8, 7. Und hier ist die Zahlenreihe der Super 6, 1, 1, 7, 4, 9, 9. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie mit uns die, ja hier ganz live die Horror-Lottozahlen gezogen haben an diesem gruseligsten Abend des Jahres, definitiv. Ich hoffe, es war was Süßes und nichts Saures für Sie dabei. Ihnen, ja, morgen einen wunderschönen Feiertag. Stellen Sie doch ein Lichtlein auf. Kommenden Samstag geht es hier wieder los, pünktlich um 19.25 Uhr. Und ich sag mal, wir sagen bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Gucken Sie sich dieses schöne Exemplar von der Nähe an. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original.